yo party people was geht alles fresh keine ahnung was ihr so treibt aber ich für meinen teil bin bei airworks customs in der obligatorischen airbrush kabine und geb es mir hart weil irgendwie muss es ja weitergehen ich finde es cool ich hoffe ihr findet es auch cool ich spray weiter bis dann peace out